hallo meine kinder wir haben heute deutsche geschichte deutsche geschichte das bedeutet lisa mag regen lisa mag regen lisa sieht dann ihre roten gummistiffel und ihre gelbe regenjacke an so das ist rot und das ist gelb ja super auf dem kopf trägte sie einen schicken blauen regenhut mit dem bunten schirm verbirrte sie durch die pfützen ihr dackel was du versuchte eine plastiktüte zu fangen der schirm einer alten frau fliegt fast weg auf einem eichenbaum schützt eine insel ihre bügel kinder vor dem regen plötzlich sieht lisa einen regenbügel ja das ist bunt das ende tschüss meine kinder